Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Kims Daily Vlog und ja, ich weiß, oder Daily Vlogs von Kim, wie auch immer, Blah Penis, ihr wisst Bescheid. Ja, ich weiß, ich habe in dem letzten Video, was ich vorgestern hochgeladen habe, am Donnerstag, gesagt, dass ich das täglich machen möchte und das, falls es mal nicht klappen sollte oder wenn was dazwischen kommt, dass ich euch Bescheid gebe. Also, Fakt ist, mir ist was dazwischen gekommen, ich hatte Probleme mit meinem Videoschnittbearbeitungsprogramm, ja, diese sind jetzt hoffentlich endlich gelöst, das Problem ist nur, meine Aufnahmen von gestern sind unbrauchbar und deswegen gibt es jetzt so als Entschuldigung, so was wie einen kleinen Song oder so, ist doch der Grund, warum ihr mich so leise hört, denn wenn ich gleich lauter singe, dann könnt ihr mich vermutlich nicht mehr so gut verstehen, weil es dann irgendwann anfängt zu kratzen. Ja, denn für die Vlogs stelle ich die Empfindlichkeit von diesem Mikrofon immer so schön hoch, dass ihr auch hören könnt, wenn ich, keine Ahnung, wenn sich die Haare auf meinem Rücken bewegen. Nein, ich habe nicht Haare auf dem Rücken, keine Sorge, aber ich meine selbst, dass ihr könnt ihr hören und wenn ihr das hören könnt, weil ich da keine habt, dann muss das schon echt gut empfindlich sein und ist gut, ich halte meine Klappe. Es gibt einfach Grenzen, die kann ich nicht überschreiten, wie die Höhe beim Singen, ich kann und will's nicht begreifen. Immerhin hätte ich gern die Möglichkeit, so hoch zu singen, wie ich will, das würde mich befreien. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hoffe, das reicht euch und es tut mir wirklich leid, dass ich gestern nichts hochgeladen habe. Ich bemühe mich, das in den kommenden Tagen wirklich stetig beizubehalten und ich hoffe, dass ihr mich gut genug verstehen könnt und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.